Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Okay, vielen Dank, wir werden uns bei Ihnen melden, wenn wir etwas haben Kaffee? Lass uns lieber gleich zu Tillers Freund Mike fahren, ich kriege jetzt eh nicht in den Also Mike, wir wollen den Täter so schnell wie möglich hinter Gitter bringen, wäre es möglich, dass du uns ein paar Fragen beantwortest? Hat er sie angefasst? Soweit wir wissen nicht, aber die Untersuchungen laufen noch Mike, wann hast du Tillers das letzte Mal gesehen? Dienstag, Nachmittag, sie war hier Abends wollte sie sich noch mit Lilly treffen Wie der besten Freundin Hat sie sich irgendwie anders verhalten? War sie anders als sonst? Nee, sie war so wie immer, also ganz normal halt Wir haben uns für Mittwoch verabredet, aber ich kann nicht glauben, dass ich sie nie wiedersehen werde Weißt du, weißt du, ob sie mit irgendjemandem Streit hatte oder wer das angetan haben könnte? Nee, sie war ziemlich beliebt und sehr bewundert Ich wusste echt nicht, mit wem sie Streit gehabt hätte Danke, Mike, hole dich etwas aus Mike hat mir schon erzählt, was passiert ist Warum Taylor? Wer tut sowas? Wann hast du Taylor das letzte Mal gesehen? Am Dienstag in der Schule Lilly, weißt du, mit wem Taylor Streit hatte oder wer ihr das angetan hat? Eigentlich nicht, wissen Sie, sie war meine beste Freundin, sie hat mir alles erzählt Hat sich Taylor irgendwie anders verhalten oder mit jemandem getroffen? Eigentlich nicht, wie sie war, wie immer Okay, ruhe dich ein wenig aus und danke für deine Antworten Komm, Luke, wir gehen Sie hatte eigentlich keine Feinde, sie war ziemlich beliebt, konnte gelinglich aber auch gemein zu anderen sein Und um ihren Freund Mike haben sie sehr viele Mädchen beneidet Wie meinst du das? Grace, du weißt doch mehr, als du uns sagst Wer könnte Taylor so sehr gehasst haben, dass er ihren Tod wollte? Sag es uns Bitte, Grace Naja, ich möchte ungern meine beste Freundin da mit reinziehen Aber sie ist ziemlich verliebt in Mike und... Wer? Lilly, sie hat mir gegenüber einmal erwähnt, sie wünschte sich, Taylor wäre nicht mehr da Dann hätte sie Mike für sich ganz allein Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Taylor wirklich etwas antun würde Danke für deine Antworten, Grace, das war's fürs Erste Das macht Lilly doch ziemlich verdächtig Das kann ich mir nicht vorstellen, die Tat mit einem Messer passt nicht zu einer Frau Frauen handeln anders, die vergibten oder planen Intrigen Trotzdem, lass uns noch mal zu Lilly fahren, sie verheimlichen uns etwas Mal gucken, was uns Lilly zu Taylor sagen kann Was machen Sie denn hier? Lilly, stimmt es, dass du Mike verliebt bist? Hä, wer hat ihn da verzählt? Wir stellen dir die Fragen Ja, und wenn schon, wäre ich jetzt etwas verdächtig, dass ich sie umgebracht hätte Zumindest hast du ein Motiv Ja, aber sie war meine beste Freundin, sowas hätte ich niemals getan Gut, wir haben zunächst keine weiteren Fragen an dich Ich glaube, sie könnte durchaus was damit zu tun haben, ihr Frauen und eure Eifersucht Ich glaube es trotzdem nicht, das passt einfach nicht, auch wenn sie ein Motiv hat Lass uns noch mal zur Schule fahren, vielleicht können uns Taylors Mitschüler weiterhelfen Ich habe schon mit dem Direktor gesprochen und alles gut gekümmert, was für eine Tragödie, das arme Kind, von Seite der Schule können sie jegliche Unterstützung erwarten, wenn ihr Kollege wird sich um alles weiter bekümmert Ich habe schon mit dem Direktor gesprochen und alles für die Familie vorbereitet Hallo, mein Name ist Diana White und das ist mein Partner Luke Blake Könntest du uns vielleicht ein paar Fragen beantworten? Du weißt sicherlich, dass deine Mitschülerin Taylor tot aufgefunden wurde Ja Mann, das ist doch die mit Messern im Bauch, oder? Kanntest du Taylor gut? Nein, ich habe sie nur ein paar Mal gesehen Du warst noch mit denen in einer Klasse, hat sie sich irgendwie auffällig verhalten? Ich habe die nie so wirklich realisiert, weil die war halt so voll fang und so Das hilft uns auch nicht weiter, du kannst gehen, Alter Kanntest du Taylor gut? Nein, ich habe sie nur ein paar Mal im Unterricht gesehen Ähm, weißt du, ob sie mit irgendjemandem Streit hatte, oder? Weiß nicht, ich habe sie nicht oft gesehen War sie nett zu den anderen Schülern? Sie war ziemlich zickig, ist meiner Meinung nach Okay Danke, du kannst jetzt gehen Wir stehen am Anfang, alle haben das gleiche gesagt Lass uns nochmal mit der Lehrerin reden, vielleicht weiß sie noch etwas Ja Vielen Dank für Ihre Unterstützung, leider haben wir keine nennenswerte Spur Wie haben Sie Taylor erlebt? Sie war sehr beliebt und auch immer freundlich In ihrer Hausaufgaben hatte sie immer ordentlich, aber in der Klausur schnitt sie immer schlecht ab, das ist eher ungewöhnlich Haben Sie einen Streit zwischen ihr und einem Mitschüler mitbekommen? Nein, eigentlich nicht Als Lehrerin bekommt man viel mit, aber auch nicht alles Sie haben ja mit allen Schülern gesprochen, wenn sie nichts wissen Moment, Joshua ist heute gar nicht da, wenn sie noch befragen wollen Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er was damit zu tun hat Er ist ein sehr ruhiger Schüler, der sich aus allen Problemen herausfindet Können Sie uns trotzdem seine Adresse geben? Ja, kommen Sie mit Hallo Joshua, wir nehmen ein paar Fragen an Sie Sicher hast du von dem tragischen Tod deiner Mitschülerin Taylor mitbekommen? Wie war dein Verhältnis zu ihr? Ich fand sie nett, aber sie hat nie mit mir geredet Keiner spricht viel mit mir Hat sie dich schlecht behandelt? Eigentlich nicht, ich habe mich sehr gut mit ihr verstanden Sagtest du nicht gerade, sie hat nicht viel mit dir gesprochen? Ja schon, wenn wir gesprochen haben, war sie nett Wenn wir alleine waren, war sie freundlich zu mir Wart ihr oft alleine? Nicht so oft, nur wenn ich ihr die Hausaufgaben übergeben habe Und ich die Belohnung bekommen habe Deine Belohnung? Am Anfang war es ein Kuss auf die Wange Dann ein Kinobesuch und später sogar ein kurzer Kuss auf den Mund Sie sagte, sie habe mich nur ausgenutzt Und dass sie so entspassen wie mich nicht anfassen würde Ihr wurde so wütend Ihr wollt ihr doch nur einen Denkzettel verpassen Und dann? Sie wollte einfach durchs Fenster abbauen Ich konnte sie nicht gehen lassen Denn ich hatte meine Belohnung nicht bekommen Sie hat sie gewährt und dann ist es einfach passiert Ich wollte sie nicht umbringen, es war ein Unfall Joshua, we'll take her, du bist hiermit festgenommen Ich habe fleisch gemerkt, wenn ich höre, du bist hier im Europa Und da war es kein Kuss 2017 Dann geht die ihre Beine Musik 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 Kaffee was hier in Myrce Das ist das Schlimmste, was an der Mutter passieren kann. Wir haben einen Arzt und einen... 10-Fahrt. Okay, danke. Ich habe sie nachs Wolle... Sie hat direkt... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017